Raten Sie mal, wie viele verurteilte Mörder aus Somalia jeden Tag durch deutsche Straßen gehen, ganz legal, weil sie sich im Gefängnis so gut gebessert haben. Sie sagen jetzt, na hoffentlich gar keiner. Aber die Zahl stimmt leider nicht. Es sind sehr, sehr viele. Wir sagen Ihnen wie viele und wir erzählen Ihnen die unglaublichen und erschütternden Fälle dahinter. Jetzt bei Achtung Reichelt, schauen Sie sich das Video bis zum Ende an, teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie kennen und vor allem abonnieren Sie den Kanal. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, dass immer mehr Menschen in unserem Land sich nicht mehr sicher fühlen. Der Grund lautet, wir lassen rein, wen wir nicht reinlassen sollten und wir lassen raus, wen wir nicht rauslassen sollten. Über unsere Grenzen kann man einfach zu uns rein spazieren. Aus unseren Gefängnissen und Psychiatrien kann man einfach zu uns rausspazieren. Das Ergebnis ist, auf unseren Straßen lauern und lungern gemeingefährliche Psychopathen, die entweder gar nicht im Land oder aber im Gefängnis sein sollten oder beides. Das ist ein schrecklicher Missstand, der nahezu wöchentlich Leben kostet. Diese Woche schon wieder. In Diepholz bei Bremen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag die 17-jährige Mara Sophie grausam ermordet. Sie wollte nur auf eine abendliche Inlineskatingfahrt gehen. Gefunden wurde sie Stunden später in einem Straßengraben mit einer tödlichen Stichwunde im Hals. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0.35 Uhr, dann die nächste Bluttat, nur 10 Minuten entfernt von dem Ort, an dem Maras Leiche gefunden worden war. Auf dem Parkplatz eines McDonalds attackierte ein Mann, 42 Jahre alt, eine 30-jährige Frau mit einem Messer, verletzte sie schwer mit mehreren Stichen in den Oberkörper. Eine junge Frau ist tot, eine zweite liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Der mutmaßliche Mörder heißt Andreas Becker, ein Landwirt aus dem kleinen Örtchen Kirchdorf. Andreas Becker hat einen Tannenbaumhof, er verkauft Weihnachtsbäume und engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Welt dieses Mannes könnte heiler kaum klingen, aber Andreas Becker hat auch eine furchteinflößende Vorgeschichte. Im Juni 2016, also vor sieben Jahren, zerrte Andreas Becker einen 14-jährigen Jungen in sein Auto, entführte ihn gewaltsam und raste davon. Als der Junge, der bis heute traumatisiert ist, fragte, was er denn von ihm wolle, antwortete Andreas Becker, ein bisschen kuscheln. Der Junge konnte sich glücklicherweise befreien und flüchten. Im Polizeiverhör sagte Andreas Becker dann, ich weiß nicht, ob ich den Jungen nicht vergewaltigt hätte. Beckers Verteidiger sagte vor Gericht, sein Mandant habe nur versucht, seiner Einsamkeit zu entfliehen. Das ist das Hauptproblem seines Lebens. Becker erklärte sich bereit, an einer Therapie teilzunehmen. Das wiederum beeindruckte den Richter so sehr, dass Andreas Becker mit 18 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 1000 Euro davon kam. 1000 Euro dafür, dass man ein Kind entführt hat. Das ist keine Strafe, sondern ein Hohn für jedes Kind in unserem Land. Wir sind das einzige Land auf der Welt, in dem Richterkindern sagen, Die Unversehrtheit deines zerbrechlichen Lebens, deine Seele, die ewigen Schäden, die du mit dir rumtragen wirst, all das ist bei uns in Deutschland 1000 Euro wert. So viel wie ein iPhone. Ich kann es nur so sagen, mich persönlich macht das schlicht wahnsinnig. Man würde seinen Kindern gerne sagen, in diesem Land beschützen wir euch vor Menschen, von denen wir mit absoluter Sicherheit wissen, dass sie gefährlich sind. Aber wir tun es nicht. Stattdessen lassen wir diese Leute laufen, lassen sie frei, lassen sie ins Land und warten, bis das nächste Kind tot ist. So wie nun Mara-Sophie. Andreas Becker hat ein Kind entführt und ausdrücklich angekündigt, sich an ihm vergehen zu wollen. Auf Kindesentführung stehen in Deutschland bis zu 10 Jahre Haft. Was immer noch lächerlich wenig für solche eine Tat ist, aber immerhin. Es gibt im Fall Andreas Becker also eine ganz einfache Frage. Warum konnte er als freier Mann aus dem Gericht spazieren, eine tickende Zeitbombe auf freiem Fuß? Warum hat das Gericht ihn nicht für 10 Jahre eingesperrt? Kein Mensch in diesem Land versteht, warum man einen Kindesentführer und Sexualstraftäter auch nur einen Tag früher rauslässt, als unbedingt nötig. Und schon gar nicht, warum man ihn gar nicht erst einsperrt. Die Mathematik zu diesem Skandal ist so einfach wie brutal. Hätte Andreas Becker vor sieben Jahren zehn Jahre Haft bekommen, dann hätte er am vergangenen Samstag nicht Mara-Sophie auflauern und ihr Leben mit nur 17 Jahren kaltblütig beenden können. Inzwischen ist Andreas Becker gefasst. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Wenn er schlau ist, erzählt er vor Gericht, dass es die Stimme des Teufels in seinem Kopf war, die ihm befohlen hat zu morden, dann wird er schon bald wieder als schuldunfähiger Freigänger einer Psychiatrie durch unsere Straßen wandeln, bis er wieder zuschlägt. So wie dieser Mann, der Somalier Ahmad N. Ein mehrfach vorbestrafter Gewalttäter, der gar nicht bei uns im Land hätte sein dürfen. Wie auch immer er zu uns kam, an unserer Grenze hätte man ihn aufhalten müssen. Verurteilt war Ahmad N. wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung, aber wegen Schuldunfähigkeit saß er nicht im Gefängnis, sondern genoss das Leben in Deutschland in einer Klinik. Die Ärzte dort bescheinigten ihm Therapiefortschritte. Auch das kennen wir seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Es gibt kaum einen Mörder in diesem Land, dem nicht irgendein gutgläubiger Psychologe kurz zuvor noch große Fortschritte attestiert hatte. Er macht gute Fortschritte, wir können ihn wieder rauslassen. Nichts ist in Deutschland gefährlicher als eine positive Gefährlichkeitsprognose. Dieser Mann, also Ahmad N., den man niemals hätte ins Land reinlassen und niemals aus dem Gefängnis hätte rauslassen dürfen, durfte aufgrund seiner großen Fortschritte spazieren gehen und sich so frei bewegen, dass er sich letzte Woche davon machen konnte. In einer Bäckerei ein Messer klaute und in einem nahen Teddymarkt Lisa S., 30 Jahre alt, niedermetzelte. Im Krankenhaus erlag die junge Frau ihren Verletzungen. Lisa S. war Verkäuferin. Sie hatte Urlaub und wollte in Wiesloch shoppen gehen. Nun ist sie tot. Die Staatsanwaltschaft machte dazu folgende Mitteilung. Zitat, Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, aufgrund einer wahnhaften Störung im Zustand der Schuldunfähigkeit heimtückisch einen Menschen getötet zu haben. Schuldunfähig. Natürlich. Der Mörder Achmed N. sitzt nun wieder in einer Psychiatrie. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder durch deutsche Straßen spaziert. Nach Somalia werden wir ihn niemals abschieben. Nach allem, was wir in den letzten Tagen, in den letzten Jahren erlebt haben, müssen wir annehmen, dass Lisa S. nicht sein letztes Opfer gewesen sein wird. Jetzt sagen sie vermutlich, naja, jetzt wo der Mann gemordet hat, kommt der doch nicht so einfach wieder raus. Jetzt übertreiben sie mal nicht, Reichelt. Aber leider übertreiben wir nicht. Hier sehen sie die Berichterstattung der mittelbadischen Presse. Die Überschrift lautet, Somalia darf Klinik verlassen. Es geht dabei um Ali M. Die Mittelbadische Presse schreibt, Ali M. dürfe, dass das Klinikgelände tagsüber nach individueller Absprache in das angrenzende Stadtgebiet und den Umkreis verlassen. Ali M., so die Staatsanwaltschaft, habe sich, Zitat, stets zuverlässig und Absprache bereit gezeigt. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte ergaben sich keine Hinweise auf Fluchttendenzen oder Fremdgefährdung. Ali M. solle nun auf die Entlassung vorbereitet werden. Keine Fremdgefährdung. Genau diese Einschätzung hat sich schon zu oft, wenig später, als Todesurteil für einen Menschen erwiesen, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. So wie Lisa S. Wir sollten sie nicht reinlassen, wir sollten sie nicht rauslassen, aber wir tun beides. Kein Mensch in diesem Land möchte, dass verurteilte Killer aus Somalia durch unsere Fußgängerzonen laufen und trotzdem geschieht es. Die gute Nachricht für Ali M. aber lautet, er muss sich als vorbestrafter Killer in Offenburg fernab der Heimat nicht einsam fühlen, denn irgendwo da draußen im Schwarzwald ist auch sein somalischer Landsmann Suleiman A. unterwegs. Suleiman A. hat 2018 einen Arzt und seine Helferin in einer Praxis niedergestochen. Der Arzt starb in den Räumen, in denen er sonst Menschen behandelte. Die Helferin überlebte nur knapp, schwer verletzt. Inzwischen hat Suleiman A. täglich mehrere Stunden Freigang und spaziert unbeherrlicht durch Freiburg oder Offenburg, wir wissen es nicht genau, obwohl in diesem Fall sogar ein Gutachter ausgesagt hat, Suleiman A. könnte seine psychische Erkrankung vorgetäuscht haben, um einer härteren Strafe zu entgehen. Kaum auszumalen. Im Juni 2021 ermordete der Somalia Abdirahmin Jibril A. in Würzburg drei Frauen mit einem Messer. Hier noch einmal, was damals passierte. Den Messerstecher vor seinen Augen sticht der Täter wahllos auf eine Frau und einen jungen Mann ein. Beide überleben schwerst verletzt. Der Security-Mann stoppt den Amokläufer, geht mit einem Stuhl auf den Messerstecher los. Erst als Mosinski mit weiteren Passanten den Somalia in eine Gasse drängt, schießen zwei Polizisten dem Täter ins Bein, stoppen ihn. Seine Wahnsinnstat mitten in der belebten Innenstadt. Gutachter haben ihn bereits als schuldunfähig eingestuft. Der Täter wird aller Voraussicht nach in die Psychiatrie eingewiesen. Rucki, zucki, schuldunfähig. Abdirahman Jibril A. rief bei seiner schrecklichen Tat Allah-U-Akbar. Er war eindeutig und vollkommen offensichtlich Islamist. Aber das passte der Politik natürlich nicht ins Weltbild. Im Nachhinein konnte sich Abdirahman Jibril A. rief dann aber doch daran erinnern, dass Stimmen ihm die Tat befohlen hatten. Er wurde zwar wegen Mordes verurteilt, gilt aber als, Sie ahnen es, schuldunfähig und sitzt nun in einer Psychiatrie. Natürlich nicht in einer Psychiatrie in Mogadischu, sondern hier bei uns. Sobald er als therapiert gilt, darf er wieder raus und sich ungehindert in der Messeabteilung des nächsten Küchengeschäftes umsehen. Es geschehen inzwischen so viele dieser Gewalttaten in Deutschland, dass sie kaum noch berichtet werden. Gerade mal zwei Wochen ist es her und vermutlich haben sie nicht davon gehört, dass ein Wirt niedergestochen in seiner Gaststätte in Ludwigshafen aufgefunden wurde. Er wurde noch reanimiert, starb aber wenig später an seinen schweren Verletzungen. Letzten Sonntag dann wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Ein Mann aus Somalia. Der Mann ist polizeibekannt, also vorbestraft. Trotzdem ging er vollkommen unbeherrlicht durch Ludwigshafen und konnte einen unschuldigen Menschen ermorden, der brav hinter seinem Tresen stand. Auch hier gilt, wir hätten diesen Mann niemals reinlassen und niemals rauslassen sollen. Für verurteilte Gewalttäter dürfte es eigentlich nur einen Weg geben. Nach Hause oder so lange wie irgendwie möglich ins Gefängnis. Aber immer wieder lässt man sie auf unsere Städte und auf unsere Dörfer los. Die meisten Mordopfer in Deutschland dürfte es eigentlich niemals geben, weil ihre Mörder entweder gar nicht hier sein dürften oder aber im Gefängnis sitzen müssten. Deutschland ist Europas größtes, unkomfortabelstes Erholungsgebiet für Gewalttäter. Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und einem Gefängnis in Deutschland? Ganz einfach. In das eine kommt man leicht rein und aus dem anderen kommt man leicht wieder raus. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt.